Girls Schau! Willkommen bei uns! Teile bestimmen und die Primzahlen. Wir erklären euch weiter, wie man Teile bestimmt. Ein Beispiel ist die 12. Ihre Teile sind 1, 2, 3, 4, 6 und 12. Die einfache Schreibweise dafür geht so. Die Zahl, durch die man teilen will, aufzuschreiben und dann ihre Teile untereinander aufschreiben, damit man nichts vergisst. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, aber die sind schwerer. Jetzt gibt's hier noch eine Aufgabe zu lösen. Und jetzt drückt auf Pause, damit ihr es besser rechnen könnt. Hier jetzt noch die Lösungen. Habt ihr es richtig? Viel Spaß mit den Teilern! Und bei den Teilern gibt es noch einen Sonderfall, nämlich die Primzahlen. Was ist denn die Primzahlen überhaupt? Eine Primzahl ist eine Zahl, die nur durch 1 und sich selbst teilbar ist. Und jetzt die Primzahlen von 1 bis 100. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 und 19. 23, 29, 31 und 37. 41, 43, 47, 53, 59. 61, 67, 71, 73 und 79. 83, 89, 97. Hier noch eine Aufgabe zum Lösen. Hier noch eine Aufgabe zum Lösen. Jetzt noch die Lösungen. Habt ihr es richtig? Das waren die Primzahlen. Das waren die Primzahlen. Viel Spaß mit Götz. Tschau. Tschau und Tschau. 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 Noto. Buta. Ja. Das waren die Primz strangely. Ich habe die Pl Neptune in der 15-19-19-15-19 Vielen Dank.